Hallo zusammen, ich bin Nico, 23 Jahre alt und das ist mein Arbeitstag. Kommt mit! Mein liebster Arbeitsgerät steht hier im Hintergrund. Mein wunderschöner Lastwagen mit einem Kranen drauf, knapp 30 Meter lang. Ich bin jeden Tag mit dem unterwegs und habe riesen Freude daran. Wichtig als Strassentransport-Kraftmann oder Kraftfrau ist, dass du flexibel bist und gerne unterwegs bist. Willst du auch tagtäglich mit den Fahrzeugen unterwegs sein? Dann komm mit, steig ein und mach dir als Strassentransport-Kraftmann.